Wer macht denn die Tür zu? Ich wollte gerade anfeuern. Okay, meine Hipbox scheint ziemlich groß zu sein. Wer hat denn die Tür zu gemacht? Das ist ja glaube ich. Are you sure about that? Naja. Hier ist ein Feierechse. Oh nein, das ist eine Spinne! Eine Spinne! Ach ja. Der ist auch drauf gegangen jetzt. Lass mich mal durchlaufen. Was hat denn die Tür zu gemacht? Ja. 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 Du warst schnell angelockt oder wieder zugebracht? Ja! Wollen wir fahren? Okay. Gucken. Oh! Oh! Emotional damage! Okay, wir können wieder losfliegen. Ich will lieber im Weltraum sein als hier. Oh! 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 Halt durch! Ach du Scheiße, das geht auch runter. Ja, mal gucken, was das für Zähne schon machst, die nimmst du ja, was wenn ich aufnimmst. Dann mach ich mal mein Video aus. Hier lang. Okay. Willst du hören? Nein. Keiner hört dich. Hallo. Ich scheiß mir in die Hose. The fuck ist das? Komm auf Ternis. Ah, er öffnet gerade die mechanischen Türen, glaub ich, ne? Das war das laute Geräusch. Oh, scheiße, fickt euch. Oh, ich hasse euch. Scheiße, was ist passiert? Ich glaub, Hades öffnet und schließt die mechanischen Türen. Und das Geräusch hat ihn fängt. Okay, lauf. Okay, mich auch. Alter, du hast mir so ohne Spaß, ich hab mir fast in die Hose geschlossen, wenn du die Tür aufn zugemacht hast. Das hab ich mir fast gedacht, ey. Ich dachte mir so, wo kommt das versteckte Geräusche? Und als ich das erste Mal ins Gebäude reinging, hab ich erstmal irgendeine, weiß ich nicht, eine sehr hohe, weinliche Stimme Hallo sagen hören. Ich denk mir so, der fuck, wo kommt das denn her? Oh, shit. Ja, dort auch hier lang, hier lang, richtige Richtung. Foggy wird's auch am 1. April. Woah, shit. Es klappt nicht zu wissen. Na. Alter. Ja. Ah. Ohoho. Aufgespießt. Nein. Nicht mich zuerst. Aha. Nein. Nein. Hallo? O sind denn alle? Da hat er einen Star eingeschickt. Oh, verpiss dich! Warum kriege ich jetzt einen Schockzustand? Wer ist hier gestorben? Ah, hier ist keiner gestorben! Sackgasse! Oh, verpiss dich! Ich glaube, das bist du nicht, Markus. Ah! Nein, 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 nein! Ah! Ah! Alles? Na, du Arschler! Ja, das Winterbrunerland ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht so passend für uns. Ich sterbe! Hallo! Hallo! Du wärst sowieso nicht zurück zum Schiff gekommen, glaube ich. Sorry, dass so lange AFK war. Nützt nichts. Okay. 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 Oh, okay. So 예쁘 schick. Bye.